Hey Leute was geht damit alles zu konstruieren und wieder auf die Abkommen nach heute starten wir mit Elden Ring. Wir haben jetzt mit dem Triogramm weiter und deswegen viel Spaß. Ok du hast zwei händisch, das sagt gerade aus, das ist nicht zwei händisch. Ich hab zwei händisch. Ja du läufst ein händisch rein. Wo ist dieser Keko? Ja der kommt jetzt da oben. Einen in der Ecke. Geh mal gucken. Der hat mich schon gerochen, der riecht dich. Ich hab auch gefurzt, sorry. Oh ja. Kurz auf den Dirt gegeben, jetzt bin ich weg. Aber? Ich bin doch nicht weg. Aber wir machen gar kein Damage. Nee. Gar nichts. Egal Blut. Blutung, Blutung. Ja da bin ich nicht dabei, war ich nicht mit. Ja. Oh mein Gott. Soll ich auch die Waffe wechseln die ihr habt? Was macht der? Macht der? Der pennt. Ey ich war gerade konzentriert hier auf Waffen wechseln. Was macht der? Blutung erste. Warte. Er macht jetzt glaub ich... Nee doch nicht. Warte. Er macht Boden klatschen. Das müsst ihr auch von hinten machen, wenn der... also wegrollen. Naja. Was macht der schläft? Der schläft. Er kotzt. Der läuft. Der läuft. Der ist auch stärker, aber nicht so krass stark wie... ne? Ich bin tot. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Nee ist aufs gut, wir ist gut. Ich hab nichts gesagt. Oh, zweite Phase oder? Ja. Die kenn ich jetzt nicht. Die kenn ich jetzt nicht. Wie die kenn's nicht? Ich hab's in der Hand und mach dann Boom. Boom Buckler. Oh. Oh, Bayblade. Ja. Warte, warte, warte. Chabi. Ja. Okay. Weg, 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 weg. Was ist das jetzt? Junge. Geh Zähneputzen, du stinkst. Oh. Oh. Das hat der persönlich genommen. Du hast grad in die Lava reingedächt, oder? Ja. Ich weiß nicht, wo die landen. Ich dachte, die landen hinter mir. Auf geht's, auf geht's. Schade. Ja. Ja. Ist gut. Oh. Prüfungsdamage. Oh, ja. Oh, scheiß. Huh. Der predicted, wo der ihn ausweist, Alter. Ja, ja. Oh. Junge, wie hat der mich gechokt? Ja. Du tritt, aber macht man eigentlich. Du tritt, aber macht man eigentlich. Ja, wär ich nicht zu früh gestorben, wegen großkotzig sein. Ja, ja. Der ist stark an der Wand. Ja. Ich geh mal direkt an ihn ran. Ja, big. Ach, jetzt sieht er auch wieder zurück, oder was? Was ist das denn für einer schon wieder? Oh. Der Keko. Der Keko. Muss an den Rand, wenn er nicht läuft, aber... Ich komm nicht durch, äh, jetzt komm ich durch. Oh. Der Keko. Ah. Die kurze nicht getroffen, der Richtigkeit. Er ist eine Geradein mit Dinger. Davor. Ich war auch, ich war gleich höher, wie du und wo. Uwe. Ne, Ne, Ne. Doch. Oh, wo 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 wo. mann ich diesen dreher hat über die aoe scheiße ich auch nicht ich gesehen was er gemacht hätte ich gedreht und am batz ich bin tot ich komme da nicht weg gerade einmal blutung aber ich glaube das ist nicht der war neu ja den habe ich noch nie gesehen ja knapp so wie ich sag knapp jetzt zieht sie wieder zurück scheiße wollte ich nicht doch schon und deutsch war gerade für mich zwei in die fresse dk und deutsch war für mich gerade dieser also fängt ja schon gut an auf die fresse ich warte da war blutungsdamage noch mal blutung meine fehlt noch mein blutung fehlt noch das heißt wir können schon mal sicher sein dass wir den töten vorher bevor noch mal blutung krieg glaube ich noch verdammt ihm diese bürger zu retten ist so schwierig das mit den beiden war guter tipp leo ich sehe nicht ich sehe nicht sie passiert die ganze zeit das dreht sich nur noch es dreht sich nur noch bei mir alles der ganze getrunken junge und nicht so wie die werden nicht zu ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen ich habe mir heute noch einmal die säule ich kann nichts sehen das war echt solid für den ja ja wir haben das letzte mal mehr gebraucht ja das stimmt natürlich geht das auch irgendwann hoch je mehr warst du wie töten desto heftiger wird es aber ist ja klar ja bevor wir hier losgehen you know what to do so ah ist das ding wo wir jetzt holen ausrüstung ist ja hat job jetzt mehr der mensch für job jetzt ich sehe nicht hallo jetzt bei mir ist dunkel sie ist schwarz wo geht es denn hier also ich weiß nicht den weg da schreit einer ja weil ich nichts sehe und die einzige mit der lampe haut ab da brauchst du nichts sehen weil da ein licht ist nein bei mir ist das trotzdem komplett schwarz ich sehe gar nichts ja deswegen ich sehe hat nichts ich muss halt ich gucke extra darüber weil das da ein bisschen heller ist hör auf zu sprinten geh doch einfach nochmal ich höre spannend trotzdem gar nicht da kommt jetzt gleich ein punkt wo du runterfällst als ob du nichts siehst laber keinen scheiß ich sehe da wirklich nichts for real ich sehe hier nichts alter bei mir ist es so dunkel hol dir deine rüstung ab jetzt haben wir hier letztes maun hier oben ist auch einer ist das meine rüstung ich glaube der untere war der unsichtbare das ist die rüstung du brauchst nur das oberteil eigentlich das macht ja jump damage mehr aber okay den Helm kann ich einen anderen nehmen alter fresh und der gibt es schon mal weiter nach home wird einfach weiter nach oben laufen Der, was ist das denn? Fresh Dumbledore. Wir machen den, oder? Den mache ich nicht, Alter. Guck dir an, was wir haben. Der ist einfach Zeus, Alter. Das ist, what the fuck. Uralter Drache Landsexer. So, nochmal, zweimal goldene Saat. Puff Peng. Puff Peng. Boom. Und hier. Resettet die Scheiße, Mami. Nein, Mann. Schaffst das schon, Alter. Komm, schaffst das. So, wir haben eine Karte kurz halt mal geskippt, aber da müssen wir jetzt eh wieder hin. Also, ab hin da. Ich dachte, wir gehen dann jetzt hier hin. Das ist eine bessere Idee, ja. Aber das ist auch nur so ein Käfer, der rumdüst, weißt du? Ja. Wir haben hier drin keinen Boss, ne? Wollte ich schon sagen. Nein, 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 nein. Naja, das war keine Frage, das war eine Aussage. Bei mir ist die Klangperle übrigens, ne? Naja, dann können wir wieder rausgehen. Einfach so. Ja, erstmal alles abklappern kurz. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich bin blind. Ich habe keine Augen, Mann, gerade. Ich habe es verloren. Du hast doch oben einen fetten Kompass und dann siehst du doch dieses, diesen... Was denn? Ich habe dich nur im Stream geguckt gesehen. Ich habe mich ganz trocken. Ich habe mich schon... Also, der käfer ist nicht zu helfen. Ich sage es ehrlich. Wir haben ganz normal geguckt, hä? Boah, was war das denn? Wir haben mein Mikro-Bump verschoben. Ja, 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 ja. Würde ich jetzt auch sagen, Alter. Wir müssen da ganz durch. Ich habe meine Cam die ganze Zeit auf der falschen Seite. Wieso sagt das denn keiner? Äh... Wir müssen das aber auch... Den bisschen... Magritte ballern jetzt weg. Let's go. So. Hinsetzen. Fast Friday, was habe ich gehört? Hoffe doch mal. Wir haben den schon verprügelt? Nee. Wollte ich schon sagen, was? Es gibt Müll. Dann haben wir Geräte. Das ist ein Zuropäer jetzt für dich, du Loser. Du machst das viel zu lange. Moment, ich gehe direkt auf den Sack. In den Lachs rein. Oh. Mein, der hat jetzt auch gezündet. Nächste Blutung. Das geht zum Spaß. Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Au. Au. Er war echt. Er war echt scheuer. Easy. Margret down. Und dran mit dem Talismanbeutel. Was? Oh, jetzt haben wir noch den Spung-Talisman, ne? Ja, den will ich auch noch haben. Oh, gedodged. Bekommt das in die Fresse, Alter. War das geil. Er ist auslaut am Bogen, der kommt aber die Geschwindung zurück. Oh, Mann, ey. War das geil. Er lasst den Pfing einfach vergannen. Das ist kein normaler Gegner, ne, der Typ. Hab ich gemerkt. Aber der kann runterfallen, oder? Der ist ne Wurf, der Kerl. Nein. Kann der. Ja, 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 na ja. Der ist ein normaler Gegner gewesen, der Idiot. Ne. Das ist schon ein stronger Typ. Eins gegen eins. Komm, 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 komm. Sollen wir den schlagen? Ich werde Gott weg besiegen. Oh, Papi. Der wird Gott weg besiegen. Fabio. Ich werde Gott weg besiegen. Ich werde mit mir gekommen. Dir geht sehr gut. Warum prügelt es mir denn aber auch alleine? Ich wollte auch cool machen, Mann. Junge, ich bin gedodged, du Keg. Komm, auf einmal sind wir da und Leo sieht alt aus, Mann. Ich verstehe, was willst du hören? Oh, daneben, Loser. Digga, du kannst dem Ding nicht ausweichen. Du kannst dem Ding nicht ausweichen. Nein, kannst du nicht. Diesen Wind-Ding kannst du wirklich nicht ausweichen. Ey, ich kriege dich aufholen. Ja, ja, der ist jetzt genauso viele Tote wie ich. Ah, Junge. Ich habe jeden anderen, ja, kurz gedingst, noch den harten Hit. Jetzt auf dem Boden. Noch mal. Und auf dem Boden mit dir. Und jetzt noch mal einen leichten Hit. Oh, da hast du einen vorgebekommen, der hat er. Oh, der hat er. Damn. Ich hätte gehofft, dass Leo dann stirbte, als er noch joke. Ja, weil du nicht hörst. Anti-Made. Ja, du hörst einfach nicht. Du musst dann spüren. Nein. Wer nicht hört, muss fühlen. Weiß man doch. Oh. Oh, also. Fühlen, wie man besser spielt. Let's go. Ja, jetzt haben wir den scheiß Ding auch. Und dann zu Gott, Rick. Oh. Mhm. Die haben Vögel. Was machen die denn hier oben, what the fuck? Wir chillen einfach. So, ausrüsten, stärken. Oh, wir können uns tippen. Sprungangriff rein. Ich glaube, da Gott, Rick, oder wie der auch immer ist, mache ich noch. Miau. Skip. Den drauf werde ich sehen, habe ich schon gesehen. Maul-Loser. Oh, ne. Boah, aber der war auch delayed, das fuck. Ey, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Ich bin gestohlen, ich bin gestohlen. Boah, der gebackt wird mir. Ich habe ihn noch getroffen, ob ich gerade. Voll drauf, voll drauf. Oh, Alter, das Blutungsding geht so schnell, ne? Aua. Der Scheide, der Looser. Oh, komm schon raus. Wir hätten nach ganz oben rennen müssen. Oh. Ja, ich bin dead. Keine Chance auszuweichen. Puh. Das war ein bisschen vorhaltig. Weil, imagine, du stehst hinter dem. Imagine, du stehst hinter dem. Jetzt gib ihm. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Oh, je, mein ne. Das hast du jetzt nicht gemacht. Noch hast du. Das wäre ein First Try gewesen. Das wäre dann jeder Storyboss First Try. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Manchmal hat der asoziale Pattern aber auch. Bis zum nächsten Mal. Man, der ist so langsam der Typ. Man, siehst du mal. Ich kapier's nicht. Vor allem jedes Mal, wenn ich da oben bin, kommt der mit zu ner Scheiß-Combo. Gebt ihm, gebt ihm, gebt ihm, gebt ihm. Oh fuck. Das war zu früh. Ich bin viel zu früh gesprungen. Das ist so lahmarschig. Das ist insane. Ja, der hat so lang dafür auch gebraucht, Alter. What the fuck. Ich warte nur auf Blutung. Ich hätte den nur ein bisschen immer. Ich wollte durchtauschen gegen mich. Oh fuck. Ich hab keinen Truck mehr. Ich hab keinen Truck mehr. Ich hab keinen Truck mehr. Wichtig. Nice. Ah, der hat gezündet. Wir sind jetzt alle auf einem Level mit Toten. Wir haben ein Truck mehr. Wir haben einen Truck mehr, wir haben einen Truck mehr. Wir haben einen Truck mehr, wir haben einen Truck mehr. Da wir geachtet und wir haben einen Truck mehr. Aber, wie war es das für heute? Ja, ja. Ich bin jetzt an einem Warm-Full raus. Ich muss mein Auto noch abholen. Zack, raus.